Trumpf ist ein internationales Unternehmen mit weltweit mehr als 14'000 Mitarbeitern an 73 Standort. Ciao zusammen, ich bin Laurin Frey, ich bin Logistiker im dritten Lehrjahr bei Trumpf Schweiz AG hier in Gröschen. Bei unserer Logistik wird es nicht langweilig. Unter anderem kommissioniere ich, verpacken, ab und beladen von LKW. Im Wareneingang wird das Material kontrolliert, zählt und ein PC-System eingebaut. Mein Name ist Miriam Kehl und ich arbeite als Logistikerin und bin im Erstalerjahr. Dann geht das Material ins Lager und wird dort am richtigen Lagerplatz versorgt. Vom Büro bekommen wir die Aufträge zum Kommissionieren. Das Material, das ich jetzt hier ausfasse, ist für unsere Produktion. Wir liefern das direkt an unsere Flüsslinie. Wir versenden auch Ersatzteile in die ganze Welt. Für das muss das Material gut verpackt sein. Da kommen jetzt noch Papier drauf und dann geht's auf die Lastfrage. So, jetzt haben wir einen kurzen Einblick gesehen in unseren Berufsalltag als Logistiker. Wenn es euch gefallen hat, dann bewerben wir euch doch bei uns bei Trumpswitz. We�s. Vielen Dank.